Und nochmal zurück zu unserem Lieblingsthema Wetter. Gestern hat es in NRW ja schon ein paar amtliche Sommergewitter gegeben. Morgen soll es auch hier und da nochmal kräftig kraken. Richtig heftig. Aber stellen wir uns doch erstmal, Jens, dumm, wie entsteht eigentlich ein Gewitter? Weißt du es? Nee. Er weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wofür sind wir Journalisten? Wir fragen einfach mal welche, die sich mit sowas auskennen. Die zwei Erklärbären vom YouTube-Kanal Lecker Wissen, ich meine, die haben Physik studiert. Dann geht da was. Um Gewitter machen die sich keine Gedanken. Die zwei schon. Simon und Eduard. Also wir haben hier ein paar Versuche mitgebracht, um euch zu erklären, wie Gewitter entsteht. Und dazu müssen wir erstmal verstehen, wie überhaupt Wolken entstehen. Und danach wollen wir uns natürlich auch angucken, wie es denn zum Blitz kommt. Kein Gewitter ohne Wolken. Bei ihrem ersten Versuch setzen Eduard und Simon voraus, dass jeder weiß, dass der Erdboden durch die Sonne aufgeheizt wird. Wir möchten jetzt erstmal die Atmosphäre unserer Erde quasi nachbauen. Dafür müssen wir erstmal Wasser kochen. Und das gekochte Wasser, das schütten wir dann in diese durchsichtige Base. Und das unten ist dann unsere Erdoberfläche. Und wir sehen hier unten ist die Erdoberfläche, da ist es noch sehr warm und da steigt die Luft jetzt auf. Und was wir aber da machen müssen ist, je höher die Luft kommt, desto kälter wird die. Und dafür werden wir das mal mit einem Eispaket nachbauen. Hier steigt die warme Luft auf, wird hier oben abgekühlt und hier bilden sich dann Wolken. Das heißt, das Wasser, was in der Luft ist, das kondensiert. Die warme Luft von der Erdoberfläche steigt nach oben und kühlt dabei immer weiter ab. Und wenn die abkühlt, dann kann die wieder runterfallen und danach wieder aufgewärmt aufsteigen. Diese Zirkulation und diese Reibung führt dann dazu, dass die Ladungen innerhalb der Wolke sich trennen. Das führt dann dazu, dass innerhalb dieser Wolke diese Ladungsdifferenz zu einem Ausgleich strebt. Und dann entstehen innerhalb der Wolke ständig neue Blitze. Und einen Versuch dazu gibt es auch. Das Runde ist die Wolke, positive und negative Teilchen wurden getrennt. Und wenn es zur Reibung kommt, passiert das. So, genug gelernt. Simon und Eduard müssen noch arbeiten und der Rest kann jetzt weiter die Sonne genießen.